Für den Ghetto-Tippe. Abteilung! Stillstart! Riecht euch Mützen ab! Ja! Heftlänge, Achtung! Ihr seid Gefangene des Deutschen Reiches! Ihr arbeitet für das Deutsche Reich, dafür bekommt ihr vom Deutschen Reich zu essen! Es ist richtig, wenn solche Verbrecher gehängt werden! Ist klar? Sprechen vom Ghetto! Son morto con altri cento, son morto, che ero bambino, passato per il camino, e adesso sono nel vento. Questo è successo ieri, con la complicità di molti. Non lasciate che il vostro silenzio sia complice di nuova atrocità. Grazie a tutti.